Hallo, heute erzähle ich euch von den Reihen im Spannungs- und Romance-Genre, die ich angefangen habe und auch weiterlesen werde. Ich habe ja in der letzten Zeit schon einige Videos zum Thema Buchreihen gemacht, also ich habe euch schon von den Reihen erzählt, die ich nicht weiterlesen werde und ich habe euch auch schon von den Reihen erzählt, die ich weiterlesen werde im Fantasy- und Science-Fiction-Genre und ihr konntet für den Oktober abstimmen, welche neue Fantasy-Reihe ich beginne und so weiter. Also das Thema Reihen und weiterlesen oder nicht weiterlesen beschäftigt mich auf meinem Kanal jetzt schon eine Weile und ich wollte euch heute jetzt noch von den Reihen erzählen, die nicht Fantasy und Science-Fiction sind, die ich weiterlesen werde, die ich angefangen habe, die mich überzeugt haben, die bestimmte Aspekte haben, die ich außergewöhnlich finde und die dann eben dafür sorgen, dass ich die Reihe auch weiterlesen will. Ich verlinke euch natürlich alle anderen Teile der Videos, wo es um Reihen geht, auch nochmal oben in der Ecke, wenn euch eher Science-Fiction und Fantasy interessiert. Heute geht es um Romance und Spannung und ich werde euch nur von den Reihen erzählen, bei denen ich sicher bin, dass ich sie weiterlesen werde. Es gibt noch so ein paar vielleicht Kandidaten, vor allen Dingen im Romance-Bereich. Da gibt es ja oft so Reihen, die locker zusammengehören, wo man jedes Buch einzeln lesen kann und die in sich abgeschlossen sind und auch in jedem Buch steht jemand anders im Vordergrund. Und es gibt ein paar Romance-Reihen, die mich mittelmäßig überzeugen und wo ich immer so von Klappentext zu Klappentext gucke, ob mich der nächste Band interessiert. Da gibt es einige, aber heute erzähle ich euch wirklich nur von den Reihen, bei denen ich, egal was im Klappentext stehen wird, selbst wenn da Insta-Love und Liebes-Dreieck steht, weiterlesen werde. Fangen wir an mit Krimis und Thrillern. Das sind nur drei Reihen, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie nach und nach immer weiterlese. Das sind nicht Reihen, bei denen ich jetzt sagen würde, oh, das ist so grandios, da lese ich einen Band nach dem anderen. Sondern immer, wenn ich gerade in Spannungslaune bin, dann überlege ich mir, ach, ich könnte einen der Bände aus diesen Reihen weiterlesen. Das erste ist die Robert-Hunter-Reihe von Chris Carter. Die ist ja wirklich sehr brutal, sehr psycholastig und ja, das ist wirklich so eine Reihe, die ich nicht hintereinander weglesen muss, aber immer, wenn ich gerade auf der Suche nach Spannung bin, denke ich, ach ja, ich könnte bei Robert-Hunter weiterlesen. Ich glaube, da bin ich jetzt bei Band 4 oder 5 mittlerweile schon und der letzte, den ich gelesen habe, war auch mein Favorit. Also ich habe das Gefühl, es kommt langsam in den Bereich, wo es mir richtig Spaß macht. Die vorherigen Bände fand ich solide, unterhaltsam für den Spannungsbereich, genau das, was ich dann gebraucht habe. Aber ich glaube, so langsam kommt der Sweet Spot. Ich glaube, das ist jetzt, hoffe ich, in den nächsten Bänden auch so, aber der scheint so einen Rhythmus entwickelt zu haben, der genau meinen Geschmack trifft und deswegen werde ich bei Robert-Hunter auch weiterlesen. Die nächste Reihe ist die Jona-Linner-Reihe vom Autoren-Duo Lars Kepler. Da habe ich immer noch bisher nur Band 1 gelesen, aber Band 1 hatte bestimmte Aspekte, die mir so gut gefallen haben, dass ich das Gefühl habe, das ist, ich glaube, naja, die Psychothriller-Reihe von Chris Carter ist ja auch eine Ermittler-Reihe. Ja gut, aber das ist mehr so klassische Krimi-Ermittlungsarbeit bei Jona-Linner jetzt und was ich vor allen Dingen, das ist ein finnische Ermittler, der in Schweden ermittelt und was ich bei dem so toll fand, war, dass das mal nicht ein schwermütiger Ermittler ist, einer, der das ganze Leid der Welt auf seinen Schultern trägt, so ist es zumindest am Anfang der Reihe, Band 1 ist der Hypnotiseur, auch sehr, sehr spannend als Einzelfall. Aber Jona-Linner als Protagonist, der irgendwie auch manchmal so ein bisschen charmant ist und so ein Augenzwinkern hat, aber eben nicht der typische Frauenaufreißer, das gibt es ja auch zuhauf im Spannungsbereich, sondern, ja, der war so ein subtil, lockerer Typ, den ich im Ermittlungsgenre bisher, glaube ich, so noch gar nicht erlebt habe und deswegen zieht es mich zu dieser Reihe. Es zieht mich noch nicht so sehr, dass ich da so einen Band nach dem anderen weglesen müsste, aber ich denke, dass ich dann mal in nächster Zeit zu den nächsten Bänden greifen werde. Und die Bone Secrets-Reihe von Kendra Elliott ist eine Romantic-Suspense-Reihe, die aber wirklich sehr spannend und auch ziemlich brutal ist, deswegen würde ich die eher in den Spannungsbereich schieben. Das ist eine Reihe, die ich sehr genieße, wo auch der aktuelle Band, den ich gelesen habe, das war dann Band 3, glaube ich, war auch mein Favorit und ich habe große Hoffnung, dass es jetzt für den Rest der Reihe auch noch grandios weitergeht. Ich sage immer dazu, dass ich das als Romantic-Suspense bezeichnen würde, weil es zu relativ gleichen Teilen einen romantischen Schwerpunkt pro Buch hat und einen Spannungs-Thriller-Anteil. In jedem Buch steht ein anderes Pärchen und ein anderer Fall im Fokus, aber die gehören alle in die gleiche Welt und es gibt manchmal so Überschneidungen von Nebenfiguren. Und ich glaube, dass man das wissen muss, dass es eben auch diesen romantischen Schwerpunkt gibt, sonst wird man, ist man wahrscheinlich eher ein bisschen befremdet davon, dass das so einen großen Raum einnimmt. Ich finde die, wie gesagt, obwohl es so einen romantischen Schwerpunkt gibt, sehr, sehr brutal, sowohl körperlich als auch psychologisch. Und das ist irgendwie eine interessante Mischung. Also auf der einen Seite so ein bisschen schnulzig und kitschig, aber das mag ich ja. Und auf der anderen Seite wirklich ein sehr harter, entweder Mordfall oder Entführungsfall oder wie auch immer. Und die Kombination, das ist schon was Besonderes. In die Richtung habe ich auch sonst bisher noch nichts gelesen. Also Romantic-Suspense. Ich glaube immer, da kommt so ein Aspekt ein bisschen zu kurz in meinem Kopf. Ich habe ja sonst noch nichts in diesem Subgenre gelesen. Aber hier ist es genau richtig. Und deswegen werde ich bei Bone Secrets von Kendra Elliott auch weiterlesen. So, und dann kommen jetzt ein paar Romance-Reihen, die, das sind Companion-Reihen, also solche, wo jedes Buch abgeschlossen ist und in jedem Buch steht auch jemand anders im Vordergrund, der dann Liebe findet. Aber sie gehören jeweils immer in das gleiche Universum. Und ich nenne euch jetzt die Companion-Reihen, bei denen es mir völlig egal ist, was auf dem Klappentext steht. Und ich werde trotzdem weiterlesen. Ja, wie gesagt, selbst wenn da Insta-Love steht. Das sind vor allem englische Reihen. Die werden teilweise übersetzt, teilweise nicht. Ich halte ja immer die Augen offen, ob Bücher, die ich in der Vergangenheit auf Englisch gelesen habe, dann irgendwann auch übersetzt werden. Und dann erzähle ich euch davon. Aber die meisten hier sind jetzt, ja, entweder noch gar nicht angekündigt oder werden jetzt so nach und nach übersetzt. Fangen wir mal erst mit der nicht-englischsprachigen an, nämlich die Northern Love-Reihe von Julie Birkland. Die spielt in Norwegen in einer Arztpraxis. Und es hat ein bisschen was von Redwood, aber eben skandinavisch angehaucht. Ich habe Band 1 sehr genossen und Band 2. Und ich glaube, also mindestens es gibt noch einen Band 3. Band 2 und 3 sind halt auch schon so angelegt. Aber vor allen Dingen die Atmosphäre und Ausgangslage da in diesem norwegischen kleinen Ort, das reizt mich schon sehr. Und ich fand Band 1 vor allen Dingen relativ erwachsen erzählt. Ich kann euch Northern Love hoch wie der Himmel ist Band 1 sehr empfehlen und werde dann auch in dieser Companion-Reihe, ohne zu wissen, um wen es geht, um wen es geht, weiß ich schon. Aber was genau der Schwerpunkt ist, einfach weiterlesen. So, und jetzt die englischsprachigen. Als erstes die Reihe um die Brown Sisters von Talia Hibbert. Da ist Band 1 und 2 schon auf Englisch erschienen. Band 1 ist schon ins Deutsche übersetzt worden, nämlich Kissing Chloe Brown. Und Band 3, es gibt drei Schwestern und das ist dann jetzt dann der letzte Band. Band 3, Act Your Age Eve Brown, erscheint im März des kommenden Jahres und den werde ich dann definitiv auch lesen. Die sind vor allen Dingen sehr inklusiv und sehr divers. Sowohl was die Hautfarbe der Figuren angeht, als auch was ihre mentale Gesundheit angeht, was ihre Körperform angeht. Und die Bücher von Talia Hibbert sind wirklich immer sehr, sehr heiß. Und da lese ich natürlich dann gerne weiter, beziehungsweise zum Abschluss auch noch Act Your Age, Eve Brown. Ebenso nur noch der letzte Band einer Reihe ist in der Reihe Girl Meets Duke von Tessa Dare. Das sind historische Liebesromane, die ich abgöttisch liebe. Die sind witzig, es gibt schlagfertige Figuren, es gibt grummelige Love Interests, es gibt starke Frauenfiguren, es gibt immer ein Thema, was sich sehr aktuell und modern anfühlt. Ich liebe diese Bücher, vor allem, weil sie sehr, sehr witzig sind. Die sind bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Ich glaube, dass es einen Markt für diese Form von historischen Liebesromanen im deutschsprachigen Bereich nicht so gibt, denn die anderen Bücher von Tessa Dare sind teilweise übersetzt worden, aber dann auch nicht weiter übersetzt worden. Scheinbar geht das hier nicht so gut, über die Ladentheke. Ich lese da auf jeden Fall weiter und jetzt fehlt halt nur noch der letzte Band in dieser spezifischen Reihe. Aber egal, was Tessa Dare danach schreiben wird, ich werde es auf jeden Fall lesen. Und die nächste Companion-Reihe im Romance-Bereich ist die Reihe, die mit Well Met von Jen DeLuca anfängt. Dann kommt Well Played und dann im nächsten Jahr kommt Well... Weiß ich nicht. Irgendwas mit Well. Fällt mir gerade nicht ein. Aber die Geschichte von Band 3, der dann im nächsten Jahr erscheint, ist schon angelegt in den ersten beiden Bänden und da bin ich richtig heiß drauf. Die Geschichte wird so gut, weil sich das teilweise als Slow Burn jetzt schon in Band 1 und 2 angekündigt hat. Mir ist es wieder eingefallen. Well Matched erscheint im Herbst des kommenden Jahres und das ist eine Reihe, auch wieder jeder Band in sich abgeschlossen. In jedem Band steht ein anderes Pärchen im Vordergrund, das in einem Setting spielt, in einem Renaissance-Markt, also wo es Musik und Essensstände und Unterhaltung, also Theaterspiele gibt und so, halt alles in so einem Renaissance-Flair. Und das ist einfach ein witziges Setting. Also da sind vor allen Dingen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann da Getränke ausschenken oder Musik machen oder, oder, oder. Und hinter den Kulissen kommt es halt zum Kribbeln und Knistern. Band 1 Well Matched war grandios, Band 2 hat mir auch gut gefallen und dann freue ich mich wirklich sehr auf das Finale Well Matched im nächsten Jahr. Nicht überraschen dürfte der Bromance Book Club von Lissa K. Adams. Drei Bände gibt es schon, beziehungsweise der dritte kommt im nächsten Frühjahr dann auf Deutsch übersetzt und egal welcher Band in dieser Reihe noch erscheinen wird, ich werde auf jeden Fall weiterlesen, Das ist ja eine Reihe, in der es hochrangige Männer gibt, also Sportler und Geschäftsmänner und so weiter, die einen geheimen Buchclub gegründet haben, wo sie Schnulzen lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen. Und es ist einfach so witzig, aber kribbelig und nicht klamaukig. Es ist eine wirklich tolle Reihe und falls es da weitergeht, werde ich auch weiterlesen. Und zum Schluss die Modern Love Reihe von Alicia Rye. Das ist eine Companion Reihe, wo Band 1 und 2 schon erschienen ist und Band 3 erscheint im Februar des kommenden Jahres. First Comes Like ist, glaube ich, dann der Titel von Band 3. Es geht im Grunde in jedem Band um eine bestimmte Art von Online-Kommunikation, also Dating-Apps und soziale Medien, die dann viral gehen und, und, und. Und in jedem Band steht natürlich dann auch ein Pärchen im Vordergrund. Mir hat Band 1 und 2, das waren solide Bände. Mir haben die ganz gut gefallen. Sie waren nicht herausragend, aber die weibliche Hauptfigur für den dritten Band ist eben schon angelegt in Band 1 und 2. und ihre Geschichte will ich jetzt dann zum Abschluss auch noch erfahren. Ich glaube, nach dem dritten Band ist dann gut. Also die Reihe ist, glaube ich, nach dem dritten Band beendet. So, das war es jetzt. Ich weiß, die Kombination Spannung und Romance ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich wollte nicht für jeden Teil ein eigenes Video machen und habe euch das hier einfach so zusammengepackt. Auf der einen Seite Spannungsreihen, die ich weiterlesen werde und dann als Übergangsding vielleicht die Romantic Suspense Reihe von Kendra Elliott und dann Romance Companion Reihen, die ich definitiv weiterlesen werde, egal was im Klappentext steht und mich interessiert, welche Reihen ihr in diesen Genres weiterlest und weiterverfolgt. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss! Tschüss!